Na aber ganz ehrlich, wie haben die so viele gefunden, ich verstehe es auch nicht. Ja die haben alle, da hast du einfach Glück. Es gibt Maps, das sind jetzt für Glück. Ach wir brauchen Kürz. Da ist der Creeper, ne? Ja, ich will da hin. Wir müssen den herlocken, dass er in der Lava verbrennt. Nein, warte, ich habe eine Idee. ACHDUNG HINTER DIR, HINTER DIR! Stirb, 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 stirb! Alter, bist du behindert? Oha. Den nächsten Apfel willkommen aber immer noch ich. Das war schon schastisch. Boah. Oh, scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Du hast immer noch das mal, mir so unter das weiße Ding. Boah, ich renne so weg ey, oh, scheiße. Ey, solche Höhlen, das ist der gefährlichste Scheiß ever. Von Wasser hast du getroffen, von dem Topic. Ich wäre jetzt so knapp in die Lava gefallen, ne? Nein, einfach nur ein Küker. Jetzt sollten wir immer ein Wasser einmal dabei haben. Sollten wir ja. So, ich habe jetzt den ganzen Boden zusammen gemacht, die sieht voll aus. Boah, scheiße, 2,5 weg. Habt ihr schon einen Stollen gefunden? Ja, klar, wir haben gerade schon Melonen. Okay, das ist super. Macht weiter so. Boah, gibst du mir mal den Eimer? Ja, gleich. Ähm, das ist... Ich muss es... Was? Eiger, da ist schon wieder ein Creeper. Ähm, ich muss das Dach hier höher machen. Oh, Mann. Wo ist der Eimer? Ich habe Angst, ich traue mich nicht mehr. Ich gehe. Hast du den Eimer, Domse? Was brauchst du noch? Ja, ja. Halt mir kurz line. Ah, ja. Wo bist du hin, Luke? Wo bist du, Luke? Scheiße. Ja, hier... Habt ihr noch Cobblestone? Ja, ich sehe den Creeper. Hier ist sogar noch einer. Guck sofort, warte. Verdammt. Ähm, ja, einen Stapel habe ich noch für dich. Komm her. Hier. Danke. Ey, das ist echt zu gefährlich für mich. Haha, mit der Creeper. Schön, in der Lava verbrennt. Sorry, hast du es. Mit den neuen Wop-AIs ist es immer ein ganz schön, ein Stückchen schwerer geworden. Ja. Kann doch sein, dass der Hardcore-Mod einem auch mehr Herzen zieht. Ja, natürlich. Ist ja Hardcore. Hardcore-Mod zieht nochmal mehr als Hard. Glaube ich. Ich brille jetzt einfach irgendwas in den Raum. Glaube ich. Das kann ich am besten. Da ist ein Creeper bei der Lava, ne? Ja, hab ich schon getötet. Warte, aber hier kann was sein. Pass auf, pass auf. Geht da nicht rein, geht da nicht rein. So. Es wird Nacht. Super. Wer hat Zombie? Ist die Tür zu? Achso, das war der von vorhin. Ja, weil ist die Tür zu bei uns? Ey, Lukas, du hast die Tür zu. Bei uns ist die Tür zu, ja. Das ist ein Tür, das ist irgendwas, irgendwas hier wangst. Das ist Lime. Hallo. Oh, absteckige Pisten, kann ich noch besser im Eingang mit fahren. Habe ich, ich habe eine. Oh, da sind zwei Zombies, Achtung, Achtung, Achtung. Oh. 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 Das ist zu viel für mich, mein Herz. Wie viel Eisen habt ihr? Wow. Alter, bist du krank? Wie viel Eisen habt ihr? L5. L5, okay. Hier ist noch Eisen. Da ist Gold, da ist Gold. Da kommt ein Creeper, pass auf. Wo denn? Wow. Oh, pfuh. Mann, hier ist so eine Scheißfliege, die regt mich gerade tierisch auf. Ach, rech, du Stück Scheiße. Oh ja, denke ich mir auch gerade bei der Fliege. Ach, du Scheiße, was ist da hinten los? Heilige Scheiße. Oh, ruhig im Vergleich zu uns immer, ey. Oh, da hat ein Kompos geklärt. Wo denn? Ach, nö. Ne, das ist ein Zombie. Da steht noch irgendwo ein Creeper, ja. Da steht ein Creeper, ja. Und der kommt so. Hast du noch Cobblestone? Ich habe noch sieben Stück. Okay, hör damit. Alter, da sind wir 54, 57. Alter, voll die ganze Mose-Sank. Bei einer ist zwei, brauche ich, zwei brauche ich, ich muss mehr Sender. Wie ist die ganze Mose-Sank geflogen? Das ist Gravel. Mir ist egal. Du machst mir jetzt eine Eiselsende, wenn du so. Nein, 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 nein. Ich habe mich einmal in die Kamera um mich selber gedreht, weil ich so schreckt. Nee, nee, ich kann Holt machen, das reicht, glaube ich. Ja, gut, er behaltest du. Ich kann auch Holz benutzen zum Bauen, ich muss keinen. Cobblestone benutzen. Ich glaube, mein Herz wird versagen in dieser Aufnahme. Hoffen wir doch, Han. Eben bei Hunger Games, auch wie ich da, es war so mit Vini und, oh. Boah, ja, ich auch, in dem Moment. Boah, hast du noch mit Vini? Du bist doch gestorben. Ich bin, nee, ich bin aber durch die verreckt. Wie fandet ihr eigentlich die Organisation bei Hunger Games? Das ist dann wirklich mein Thema. Ich bin da ganz spontan dazugekommen von mir aus, war das jetzt nicht so schlimm. Ich fand's jetzt, äh, ich fand's ein bisschen lame, dass man erst mal 10 Minuten warten muss, sonst würde gar nicht mehr gehen. Achtung, da ist ein Zombie hinter dir. Das interessiert ja gar keinen, also warum? Warum spawnt hier immer wieder was? Leuchten noch? Skelett, Skelett, Skelett. Ach du heilige Scheiße. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Was? Ich hab's getroffen. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, bitte nicht, bitte nicht. Weg hier, weg hier, weg hier. Boah. Oh, Zombie, Alter. Schon wieder. Lauf. Lauf, ich helfe dich. Ich hab noch drei Herzen. Lauf. Okay, ich geh jetzt, ich geh jetzt. Ich geh mit. Alter, dieses Scheiß-Skelett, Mann. Vielleicht sind auch die schlimmsten Gegner, nicht nur jetzt. Was? Boah, du, ich dach schon sehr, ich bin tot. Boah, Alter. Oh Gott. Wow. Oh Mann. Boah, Junge, jetzt, Alter, mein Herz explodiert echt gleich. Das ist explodiert. Ich dachte schon sehr, ich bin tot. Weißt, du lebst und denkst, du bist tot. Ja. Jetzt hier zurück. Wo ist mein Eimer? Boah, ich hab jetzt mit dem doofen Creeper. Dann brauch ich den doofen Creeper. Dann brauch ich den Doofen-Gold-Apfel, ne? Danke. Alter, saukrass, der Creeper, ne? Ey, irgendjemand, der Name hat rechts. Ich muss jetzt mit Luke in die Mine. Ich könnte gleich mitnehmen, wenn ich das Getreidefeld fertig hab. Und, ähm, Domse, ich muss doch dann den nächsten Apfel haben. Ja, ich weiß. Wie schlecht will man schnell. Dann haben wir beide gleichstanden. Ich würd sagen, ich strip meinen jetzt einfach. Mach das. Aber leuchtet das alles gut aus. Nackt. Ah, ah, ah. Guter Witt, Luca. Also, ich komm jetzt grad nach unten. Ich hol mir dann noch euer Eisen ab, okay? Weil dann mach ich schon mal ein bisschen mehr Eimer. Weil, ähm, die mit den Größten leben, die könnten dann echt mal langsam in den Nita, während wir anderen nach Melonen suchen, damit wir echt mal bald tränke. Lol. Ja, dann geh ich mit Luca in den Nita. Nita. Ja, genau. Nita. Ja, sollten wir da nicht lieber alles zusammenreihen, weil's ja irgendwie schon noch ganz gut für die Aufnahme ist. Nö. Weil ein paar werden garantiert sterben. Ja. Das stimmt erstmal später vielleicht. Später müssen wir... Wir brauchen einfach mal ein bisschen was für ein Braustrand und ein bisschen Nita warzen. Wir müssen ja erstmal eine Festung finden. Nita warzen, Wanns, äh, Flach... Wenn wir Glück haben, spawnen wir nicht neben einer. Wenn wir Glück haben. Wir haben aber irgendwie überhaupt kein Glück, ne? Ähm, Glück würdest du nicht unbedingt nennen, wenn du direkt in einer drinnen spawnst. Am besten spawnst du noch direkt in einem Place spawn und dann kannst du gleich schon dein Testament schreiben. In einem... Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Was? In einem? Hä? Ja, in... Boah, wenn man wirklich da... Boah, scheiße. Egal. War... War das... In einem Mod so, oder war das auch jetzt so, dass auf Hard Tommy Pigment aggressiv sind? Ja, ne, wenn du die angreifst. Okay, dann war das mit irgendeinem anderen Mod noch so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, wenn ihr die angreift, habt ihr verloren. Die hat sie nicht. Sogar mit Rüstung damit. Oh, fuck. Man muss sich hochbauen, die von oben dann angreifen. Dann kannst du richtig gut Goldausrüstung kriegen. Aber zu riskant, glaube ich. Das ist richtig lange. Du kriegst nur einen Nugget. Meistens du brauchst neun Stück für ein Goldstück. Lohnt sich trotzdem. Wenn du keinen Schaden hast. Oh Gott. Was zum Teufel, was war... Das Haus... Oh. Oh. Was war jetzt? Nichts. Aber wir sind die größten Noobs ever, ne? Weil ich keinen Copilstone hatte. Ihr habt mir keinen Copilstone gegeben. Ey, war das echt heftig, wie weit die da gekommen sind bei P-Suite. Das ist sowas von schwer eigentlich. Ja, allerdings. Wenn man sich nicht ganz doof anschaut, ist es glaube ich gar nicht so schwer, aber es passieren einfach zu viele unbeabsichtigte Fails. Ja, die man... Ja, auch im normalen Minecraft, da geht man halt einfach mal irgendwo blöd runter und das ist... Da heilt man sich durch Nahrung mal eben. Eben. Hat also keiner von euch mehr Copilstone? Ne, doch. Nicht wirklich. Super. Wir sind aber halt unten in der Miene, ne? Und dann kann ich jetzt auch hier nicht das Niederportal weiterbauen, weil ich sonst... Da, was machst du eigentlich? Boah, mein Herz, Alter. Ich baue mich hier auf einmal in sowas rein, dann ist da so ein Wasserfall, auf einmal fliegt mir der Zombie entgegen, ey. Oh Gott. Ich glaube, ich puddle mich erstmal und bin in Sicherheit. Tschüss, Leute. Viel Spaß. Zum nächsten Mal. Gott. Soll ich das jetzt echt machen? Ich hab noch drei... Vier Luftblasen. Drei Luftblasen. Zwei Luftblasen. Nein! Okay. Oh Mann, ey. Junge, ey. Wir sind eigentlich total am Arsch. Oh Mann, ey, das gibt's nicht, ey. Warum ist das so abnormal wie Redstone? Da wird so... Oh Gott. Ich hab hier nur zum Beispiel rumknurren, ey. Ne, aber echt mal, ich bin am Arsch. Ich hab drei Herzen, der hat drei Herzen. Wir sind im Eimer. Ja, entweder versuche ich jetzt welche noch Tränke zu kriegen, was richtig geil wäre, oder wir müssen uns wieder mit richtig viel Gold versorgen. Ja, und dazu müssen wir in Hüllen. Du brauchst sogar noch mehr Gold für, für Tränke. Ja, aber wenn wir Glück haben, eine Gasträne holen, durch die kriegst du noch bessere Tränke. Nein, die größten keine Gasträne mehr in Ultra Hardcore. Doch, ich hab das schon mit einem Freund mal ein paar Tage lang gespielt in Hardcore-Modus und da haben wir auch Gastränen gekriegt. Ne, das steht sogar auf der Seite, ob das in Ultra Hardcore-Modus Gastränen ausgetauscht wurden durch Goldblöcke, glaube ich. Oder Goldbarren. Ja, super. Ähm, so viel zu... Ja, aber ich hab das gemacht. Ich hab mit dem... Was steht da so drauf? Was macht das hinten hier? Weg damit. Ja, das ist über die Druckplatten gelaufen. Mods drauf gehabt, wie jetzt hier. Du hast das Getreide aber alles, oder? Ja, hab ich. Du willst eigentlich das Netaportal bauen, wenn du gar keine Lava hast für einmal. Ich hab Lava, aber ich mach da jetzt erstmal nichts, weil ich keinen Cobblestone hab und da war Vorholz und dann bin ich gebrannt. Ey, wie viel Gold haben wir noch? Ja, ach so. Ach so. Ach so. Ich hab ein Gold in meiner Tasche. Ich soll das hier alles mal safe machen. Was machst du da jetzt? Oh. Was denn hier? Ich will's gar nicht wissen. Oh, hier. Oh, nee. Was soll ich jetzt noch machen? Falzen. Sterben gehen? Nein. Okay, soll ich? Viel Spaß. Nein. Am besten nimmt das jetzt jemand auf, dann habt ihr es in der Aufnahme. Nein, durch dich haben wir zu viele Goldäppeln verschwendet. Ja, los, hau ab. Geh. Ja, und drei Herzen? Zwei? Ja, also wenn du Sterbeheze brauchst, ich hab ein Eisenschwert. Okay, nee, lass es. Oh, geil. Das sieht echt gut aus hier. Ähm, wie viel Gold? Also du hast ein Gold, Luke. Ja. In der Kiste. Nee, ich hab noch einen im Inventar. Das heißt, wir sind am Arsch. Also sind wir am Arsch. Sprachlich. Ups. Und füttet mir Wasser aus. Dinger, ich Cobblestone. Wie wollte das? Nichts. Das fällt gerade zerstört. Das ist nicht wirklich kaputt, das sieht nur so aus. Sieht nur so aus. Ey, wo sind die ganzen... Was machst du denn hier unten, Nord-Up? Oh, einen Anonamineingang. Na, das wäre echt ganz gut. Mit Treppen, weißt du? Dann kann man da unten bestes Skrip-Mein oder was auch immer. Das Skrip-Mein müssen, das können wir gar nicht umgehen, weil sonst... Ja, hallo, Dom. Hallo, Luca. Aus dem Cobblestone. Nein, ich hab keinen Cobblestone. Wenn ich Cobblestone hätte, wäre ich nicht in Flammen aufgegangen. Wollt ihr Cobblestone haben? Ja. Hier. Hätte ich Cobblestone gehabt, wäre ich nicht in Flammen aufgegangen. Um Eisenschienen bauen noch unten. Das ist alles, aber egal. Ganz viel. Ich wäre nie in Flammen aufgegangen, wenn ich Cobblestone hätte. Hey, komm, es ist hell geworden. Ach so, fuck. Ich hab eine Fucker gesehen. Ich dachte gerade hier. Okay. Okay, also soll ich jetzt das Eta-Portal noch fertigstellen? Das wollen alles so Hallos hat, ey. Nein, ich hab mich nur erstreckt gedacht, hab ich den Eingang aufgemacht und gleich drückt mir so ein Creeper ins Gesicht. So, hallo. Für was haben wir Gas gebrannt? Für Fenster an dem Ding machen. Damit man oben Sonnenlicht aufs Getreide machen kann. Ach, krass. Okay, gut. Drei Herzen hab ich noch, ey. Mach ein Sonnenpanorama doch. Ich würde mal sagen, ich mach noch eine Kiste, ne? Ja, kann man machen. Ja. Dein Huss. Was denn? Was ist das? Habt ihr volle Hunger, Leis? Ich hab noch ein paar Brote in die Truhe gelegt. Ja, ich hab auch eine Kiste. Mach bitte keine Brote. Bitte mach keine Brote. Wir haben bald genug Hühnchen. Weil ich brauch das Weizen für die Hühnchen, okay? Ja, zu spät. Wieso denn keine Brote? Weil wir... Hühnchen brauchen. Was ist denn ein Hühnchen so viel besser als ein Weizen? Ein Brot. Weil wir brauchen das Weizen für die Hühnchen. Ja, aber wenn du direkt das Weizen Brot machst, ist das doch viel effizienter, oder nicht? Ach, Pfeile kriegst du noch für Hühnchen. Ja, ja. Fiel dann. Ja, ich bin K-L-U-K, also lass mich. Ja, K-L-U-K. Hä? Ich bin klug. K-L-U-K. Ja, Tom, es ist nicht ganz so K-L-U-K, der braucht ein bisschen besser auswischen. Was? Aha. Ich würde mal sagen, für die nächste Ausnahme hole ich mir Inventory-Tweaks. Und räume mal ein bisschen die Kisten aus. Ach nee, ich habe ja mein Minecraft neu aufgesetzt, weil hier ja so wunderbar das nicht funktioniert hat erstmal. Ja, das ist deine Schuld. Doch, alles Dom ist schuld. Nee, deine. Alter, warum werft ihr den ganzen Köln? Ist so ein Jern-Jern-Jer-Mongos. Weil ich den brauche. Ich brauche den. Mach jetzt Tränen. Super, jetzt habe ich wieder nur drei Herz wegen dem Schrauben. Scheiß Feuer. Ich habe noch einige, äh, äh, Ex- Nein, äh, 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 Minecraft EPS. Ja, hier liegt Cobblestone. Wer will denn jetzt überhaupt Cobblestone? Ich brauche Cobblestone. Man kann hier genug Cobblestone haben. Ja, dann kommt jemand Fickel. Ich habe nur noch eine. Ey, warte mal, hier sind noch Treppen. Aber jetzt brauche ich keinen Cobblestone mehr. Hast du auch ein paar Fackeln vielleicht? Ja. Warte, hier sind noch mehr Treppen da. Oh, da habe ich über 1,6. Habe ich die Erlaubnis, mir noch ein paar Eimer zu machen für Lava? Wir brauchen so viele Treppen gar nicht, ne? Okay, ich mache mir jetzt einfach noch mal ein paar. Warte, hier ist noch Cobblestone. Hier ist Cobblestone. Nein, nimm doch nicht meine schönen Eimer auf. Ah, ich habe die nicht gesehen. Komm mal her, eben, wenn du kannst, dann helfen. Dann buddelst du links, ich rechts, dann sind wir schneller unten. Ah, ich muss erst mal eine neue Spitzel. Einer hat noch einen Eimer. Bring mir noch eine Steinspitzel mit, dann bitte. Einer hat noch einen Eimer. Nein. Ich habe keinen mehr. Ich habe fünf Eimer gemacht. Sechs, äh, einen hatte ich noch im Inventer. Da, eine Truhe ist einer hier. Hier.